und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge ets 2 eurotrack simulator oder simulator wie auch immer wir machen mal licht wir machen mal zündung okay gut ja bitte den kupplungsdrehen vorhin mal in gang einlegt wir müssen schlafen wir haben noch die bremse zu jawohl so ich habe die lenkung immer noch auf 540 grad stehen es ist eigentlich angenehm ich hatte es mit 900 probiert das war nicht angenehm da musste ich koppeln wie doof mit einem runden lenkrad und knopf könnte ich mir das vorstellen aber so eher nicht so ich muss schlafen komme nicht dran vorbei schauen wieviel uhr es ist 22 uhr wir schlafen noch mal ich mag nicht so gern durchs dunkle fahren okay es geht nach wie vor weiter mit dem produkt projekt switzerland und ich bin noch nicht ganz sicher ob das hier alles richtig ist was ich hier mache ich habe nämlich jetzt vier fahrten gemacht und habe aber nur drei angerechnet bekommen kann sein dass ich mich da erst etwas falsch erkannt habe egal wir gehen wieder auf externe an aufträge wir stehen wo stehen wir eigentlich metz wir stehen in metz genau und suchen wege nach ch bringt er mir dann alles was mit ch anfängt wir gucken durch was soll das so viel zeit haben wir doch wir stehen in metz genau wir suchen was in die schweiz daran denken dass wir dann nicht von der schweiz wieder nach frankreich fahren das habe ich gelernt das habe meine kollege erzählt und trotzdem bin ich der meinung metz bern ich würde mal gerne eine andere stadt anfahren bern waren wir doch schon ja es ist ja nicht so wirklich weit wir müssen nachher nur gucken dass wir dann nach deutschland fahren vielleicht mal nach österreich weiß nicht ich bin schon ein bisschen wird aber so kennt man ja den guten mann hier was hat er gestanden wir fahren los genau was er war ich wieder haben wir keine bremse ja das nervt glaube ich ein bisschen das werde ich wieder abstellen habe ich schon ein paar mal gesagt aber ich denke nie dran licht ist an jawohl so dann machen wir hier wieder zu brauche ich nicht wir fahren mit unserer mutter die uns jetzt hoffentlich sagen wird wo wir hin sollen ja macht sie ja ihr seht wie weit ich jetzt schon kurbeln muss und bei 900 grad ja brauchen wir nicht drüber reden wenn du sagst so ja auf geht's ich sehe die schon umschalten ich sehe schon die erste sehr glück gehabt ja ja alles gut wir machen mal den die geschwindigkeitsregelanlage auf aber ist schon da und eine arbeitsagentur entdeckt das passt ja wieder ja er ist im moment aber noch nicht so ganz hier endet es ach jo sag doch das nicht immer so um die es hört sich immer so traurig an nun denn ich muss noch auch hier nachgreifen wenn ich so lenke dann passiert es schon mal dass ich an die drehknöpfe rankomme was aber jetzt kein so ein problem ist weil ich ja dann ausschließlich die zoom und alles von den wie so bin ich jetzt wirklich zu tief zu hoch guckt ihr da dann hätte ich nicht gedacht das heißt wenn ich nicht ganz genau davor stehe und dann ist es besser wenn ich das fahrwerk runter drehe interessant interessant so ja ok wir sind wieder on tour ich habe wieder mal nicht aufs gewicht geguckt ich will ja einfach nur in die schweiz wir haben eine gute uhrzeit wir haben ausgeschlafen wir tanken ist fast voll schaffen wir locker ne was ich mir noch einfallen lassen muss ist das mit der kamera da bin ich noch nicht so ganz glücklich drüber oder ich muss das digital machen das ist ja das digital umschaltet also nicht so langsam blinker kamera ja wäre auch noch interessant aber es ist blödlich rechts abbiege dann blinkert die kamera nach rechts und nicht nach links abbiegen vielleicht mal ich lege ich mir hier das digital dass er sofort komplett rüber springt weil meistens muss ich ja hier rüber gucken und dann lenkungskamera habe ich ja drin die ist auch so gut komme ich klar mit aber gerade bei ausfahrten und so ist das alles zu träge wenn ich das hier mitmachen das ist dauert zu lang ich glaube man kann das auch digital einstellen ganz kurz ja es läuft im moment über die 10er tastatur sehe ich hier was ja und das muss ich mir hier auf den kleinen hebel legen ich glaube das ist dann gute sache muss ich ausprobieren ja ich habe auch meine handschuhe wieder an aber nicht weil es ein rennspiel ist sondern weil es hygienischer ist für das lenkrad ist so ein seltsames licht hier ist es acht uhr und so trübe irgendwie ich glaube es gibt regen so rum wollte ich eigentlich naja so jetzt hoffe ich dass das wieder funktioniert jetzt mit dem schweizer dingster er steht aber sehr unschön da ach setze beenden setze bitte beenden jaja so ist er aufnahme läuft ja motor ist ja denke ich denke ich komme noch drüber ein bisschen bei einer zarten stimme so wir könnten hier eigentlich einen halben gang zurückgehen es ist dann zu hoch 85 obwohl ich gehe ja mal 84 dann liegt er in dem drehzerband ja das ist okay hier sollte es am besten sein in dem grünen bereich ne und schon wieder mit der hand gegen das mikro ich hoffe das knallt nicht allzu sehr hat gewirkt ja schön ich glaube wir haben hier ein stau warum maut stelle ne ja ja meine mod meine einstellung an meine mod wirkt so aber da habe ich jetzt keinen bock mich hinten dran zu stellen solange es so läuft lasse ich es auch es soll angeblich eine mod sein die quasi waschauer simuliert dafür musste ich den traffic wieder auf eins stellen weil das war sonst doch ein bisschen zu viel ne aber jetzt guckt euch mal die andere seite an oh mein gott schlimmstenfalls muss ich in die konsole muss traffic null eingeben aber so wie es im moment läuft guck dir mal den stau an ja gut der war auf der anderen seite jetzt auch ich konnte ja links vorbei das hat ja funktioniert aber muss ich beobachten es ist es wundert mich dass es funktioniert das ist ja die ganz neue version und die mod die ist schon älter glaube ich zumindest schon sehr alt da stand was voneinander oh was denn hier los guck dir das an das ist ja wie im real life aber echt wie im real life hier ist dann ende stau ende saugut fällt mir solange ich nicht drinstehe hat die mod funktioniert das fakt weil ich habe jetzt sonst keine drin was den verkehr beeinflusst außer die mit den skins den firmen die auf logos das ist jetzt sehr bunt gemischt das ist mir schon aufgefallen das hat aber nichts mit der dichter zu tun glaube ich zu wissen ich weiß es aber auch nicht ne ich weiß ja auch nicht alles ich bin ja nicht der duden ne obwohl meine frau immer sagt was weiß duden krallauer alte witze neu vertont oi 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 o ja daran denken diese aufträge sind limitiert auf 90 und hier dürfen wir 90 obwohl ich die sperre draußen habe mit den aufträgen für die world of trucks aufträge hier sind auf 90 limitiert obwohl ich jetzt nicht weiß ob es speziell nur die sind ich glaube kommt ist glaube alle world of trucks aufträge sind auf 90 nachteil ist in england da können sie 97 fahren und darfst du 90 das ist ein bisschen doof wobei ich das noch nicht ausprobiert habe jetzt hier mit dem der neuen version da war ich noch nicht in gross britannien so was geht hier ab kann ich überholen nähe ist aber wenn ich zum überholen ansätze und dann was mit dem acc los war nicht aktiviert doch aktiviert naja hat sich aufgelöst was auch immer es war wenn es jetzt nicht bald schneller geht dann muss ich doch überholen gleich doof ist halt nur er geht halt nur bis 90 oh toll micha fahr schneller wieso funktioniert das acc nicht mehr hallo habe ich hier irgendwas abgeschalten aus versehen aber der bettondings da müsste man echt schnackeln weil das ist nicht gut hallo die zeit alles in ordnung oh ist 80 ich sehe gerade ich habe mein ding so oben an da werde ich irgendwann auch wieder an machen das ist ist es mir jetzt gar nicht aufgefallen dass das an ist so weil ich es nicht mehr gewohnt bin mal sehen ich habe ja mein tacho was soll ich denn mehr und ich habe meine anzeige 90 ach nee wir sind 80 gefahren okay ich rede ein bisschen viel lass mich mal raus hier das ist ja eine katastrophe oder ist ja wieder eine mautstelle so den mischer haben wir überholt elefanten rennen ja 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 ich weiß ich sollte rüberfahren irgendwann mal ne oh jetzt werden wir wieder schnell landen oh da vorne müssen wir abfahren da bleiben wir mal schön hinten dran gut gesehen dann wird es nämlich richtig kritisch ne ich brauche mal jede menge sprit guck mal und dann ausfahrt rechts nehmen nimm die ausfahrt rechts 50 jahre hammer na ist das schaffen demnächst links abbiegen biege nach links ab aber mit automatik wäre es natürlich einfacher aber ich habe mir den schalltippel extra für das spiel gekauft also muss ich ihn auch nutzen ne macht aber auch laune was kann hier los nix los hier will keiner hin kann ich da rein ja sicher das ja das wird wieder nicht billig ne wundere mich dass hier keine beschränkung ist ne so jetzt geht es wieder ab jetzt geht es landstraße und oh das war jetzt nicht gut was ist mit dem verkehr los ist der zusammengebrochen oder was ach der autobahn läuft es nachher hier ist tot tot. Na gut. Sagen wir hier 80, ne? Ja. Ja, 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 ganz klar. Ich kriege unter Steuern, das merke ich sofort im Lenkrad. Dann schüttelt es nämlich ganz schön. Immer geradeaus. Hier oben fährt niemand. Warum? Ich habe nichts dagegen. Ich habe Platz ohne Ende, aber ich bin schon verwundert. Ah, naja, doch nicht. Ja, wenn nicht bald hier ein Auto auftaucht, dann ist hier was merkwürdig. Dann kommt irgendwo hier ein Durcheinander im Spiel. Warum auch immer. Mit Autobahn ist Verkehr. Hier ist keiner. Mal sehen, wenn wir in die Stadt reinkommen, wie es da aussieht. Ist ja interessant. Lassen wir mal so stehen. Und hier ist das. Ja, ich bin schon wahrscheinlich... Und hier ist... ... ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020 bin ich sicher habe ich jetzt den retarder eingeschalten oder nicht bin ich sicher ich hätte ja eine taste frei die könnte ich ja dafür nutzen eigentlich ja sonntagmittag willst du machen sie Ja, er muss nicht so stramm abbremsen, alter Mann. Hallo, Swiss-Talent. Ja, sind wir mal gespannt, ob der Auftrag dann als abgegolten angenommen wird. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, würde ich nicht ausschließen. Ach ja, Autos, guck an, es gibt Autos. Und auch alte Autos, guck mal links. Ist ja 50, 60. Oh. Okay, brauchen wir Sprit, ne? Ich weiß, das ist bestimmt teuer, der Sprit, ne? Auf sich, ja. Ach, Mutti, gibt's auch noch. Ach, schon sind wir eingepennt. Ah, der schafft das, der schafft das. Ach, mal schön, mal was über Land zu fahren, ne? Demnächst rechts abbiegen. Ja, dann habe ich ja schon gelesen, das ist doch schon mal gut. Und biege nach rechts ab. Ja, dann habe ich ja schon gelesen, das ist doch schon gelesen, das ist doch schon gelesen. So, na, jetzt weiß ich, wo der ganze Verkehr ist. Die LKWs haben den aufgehalten. Hier kommen alle die Autobahnen runter, ne? Hier kommen jetzt auch wieder welche. Offenbar. Ja, vielleicht wurde auch hier irgendwas demonstriert oder so, ne? Ups. Weiß ja nie. Was hier alles so... Oh, wir kommen auf die Autobahn. Und da ist auch wieder was los, ne? So, jetzt lasse ich mich auch schön raus, ne? Oh, da geht's dreispurig? Geht dreispurig. Oh, komm, du schaffst das. Geht dreispurig? Ne, es geht nicht dreispurig. Aber wir haben eine Lücke. Wir hatten Glücke. Nur überlegen, wir sind jetzt schon in Bern. Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hier... Sorry. Autobahnparken ist verboten. Aber die Abladestelle ist nicht hier. Scheint doch nur so ein Vorort zu sein, oder was? Oder wie? Ich muss jetzt mal mein Navi hier ein bisschen größer machen, damit ich was sehe. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ganz kurz. Boah, sauer. Sau gut. Aber ich kann nicht gucken. Müsste anhalten. So, nun... Wie muss ich denn jetzt hier? Es geht auch nach links. Hier. Hier. Wo sind wir hier richtig? Hier waren wir doch schon mal, oder? War das nicht hier, wo der Stau war, wo ich da durch die Pfosten da durch bin? Das sieht hier wieder genauso aus, ne? Na, diesmal komme ich durch. Wie gut, wie gut. Wie gut, wie gut. Ach, der nächste muss ich mal wieder einen Stream anwerfen. Mal schöne Touren machen. Hier werde ich wahrscheinlich jetzt wieder zwei draus machen, die da noch zeitnah hintereinander hochladen werden. Fußgänger, keiner da. Zu spät. Ich habe es schon mal gesagt, was ist das für eine Arbeit, das hier alles zu kreieren? Ich habe mir mal ein Tutorial angeguckt, wie das so gebaut wird, hier. Diese Straßen und alles und diese ganzen Verkehrszeichen und... Das sind ja alles Sachen. Oh, ich muss mich auch rechts halten. Ja. Das muss ja alles funktionieren, das. Die Drücker müssen passen, die Ampeln, das muss doch alles. Das ist doch der Wahnsinn. Die ganze KI, die hier rumfährt. Was sind das für Köpfe, die das... Die sowas erstellen, ne? Ah ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich jetzt schon gar nicht mehr nachgezogen. War fast vorauszusehen, ne? Reicht zum Wasser trinken? Realife ist das auch nicht anders. Da wird Kaffee gekocht, Pizza gebacken und alles so. Ah, ich kenne mich aus. Nein, ich kenne mich nicht aus. Ich habe hier schon so viel gelernt in der Zeit. Gerade was mich ja sehr interessiert hat, waren ja die Geschichten mit den Ruhezeiten. Da wurde mir schon so viel erzählt. Ich habe so viel gelernt, ich glaube, ich könnte Führerschein machen. Links halten und dann links abbiegen. Würde ich direkt durch die Gesundheitsprüfung fallen. Meinen Rotzaugen. Aber käme auch gar nicht mehr in Frage. Gar kein Bedarf. Ich sehe die Ampel nicht. Sind die alle gleich? Ja, da kann ich erfahren, wenn die auch fahren. Ach, die sehe ich. Oh, jetzt ist sie grün. Gut, 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 gut. Alles gut. Keine Panik. Ich kann es nur immer wieder sagen. Hochachtung von denen, die das hier machen. Und damit ihr Geld verdienen. Und das ist der Wahnsinn. So, hier schon, ne? Hatten wir die nicht auch schon mal gehabt? Ja, natürlich. Klar. Die Firma können wir. Ne, die können... Das ist eine andere. Die andere war doch rechts hier. Ah, guck mal. Ich kann mir ja nichts mehr merken. Das ist so ein Problem, ne? Es ist ein bisschen unschön, aber... Damit müssen wir leben. Hier jetzt aber, ne? Das freut mich. Wir sind da, aber noch nicht eingeparkt, ne? Ach, das sieht aber einfach aus, ne? Hier ist Platz ohne Ende. Da fahren wir hier mal richtig schön an. Guck dir das an. So, jetzt noch mal ein bisschen so. Noch mal ein bisschen so. Dann noch mal so. Das sollte er doch schon fast gut stehen, ne? Oh. Da bin ich schon wieder zu weit rüber geschickt, ne? Ah, Opa! Das musst du üben. Das musst du echt üben. So eine einfache Einfahrt. Und... Er schafft es nicht in einem Zug. Und nein, ich gehe nicht in die Außenansicht. Wird auch nix, ne? Oder? Das Problem, was ich habe, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube, mein Problem ist... Aber der hat gar keine Mitlenke in der Achse. Hm. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob das geklappt hat. Mach die Bremse noch zu. Ach, zu spät. So, ausgezeichnet. Das ist die Hauptsache. Hat wieder ein bisschen Kohle gebracht. 10.000. War nicht so weit zu fahren. Meister. Na ja. Da reden wir nochmal drüber. So, hat der jetzt gezählt? Ne, hat er nicht. Guck. Trade Connections, Switzerland. Immer noch 3 von 10. Hm. Habe ich... Irgendwas... Habe ich einen Denkfehler, ne? Ein Kollege im Livestream hat mir gesagt, dass man, wenn man rausfährt, wenn man das zweite Mal fährt, nicht ins gleiche Land. Und wenn man jetzt wieder reinfährt von dem gleichen Land, ich weiß ja auch nicht, ich muss es mal lesen. Ich muss es mal selbst lesen, übersetzen. Dann werde ich jetzt auch da... Obwohl, ich werde jetzt ihren Schnitt machen hier. Genau, passt ja. Und werde das mal in Ruhe durchlesen. Warum das so ist. Deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge. War eine schöne, kurze, gemütliche Fahrt, denke ich. Muss ja nicht immer ewig sein. Die nächste, nächste Stream wird dann wahrscheinlich am Mittwoch sein. Und da werden wir mal wieder eine schöne Tour machen. Zwei Stunden, schätzungsweise. Wobei ich ja die Fernfahrten noch gar nicht so weit geskillt habe, dass ich so weit fahren kann. Ja, und bis dahin weiß ich, wie das hier ist mit dem Schweizer Event. Also ich, was ich hier lese, finde es meine Englischkenntnisse. Using external contacts to external market. The world of drugs collection profile in 2002. Also externe Verträge im... Ja, gut, mach ich ja. World of drugs collection profile in 2002. Hab ich doch. Das Ziel, Gold ist Ziel, ist zu liefern, 20 Millionen Tonnen nach der Schweiz von einem anderen Land oder vice versa. Vice versa, was heißt das? Weiß ich nicht. Ich habe auch mein Tablet nicht hier und mein Handy auch nicht. Könnte ich übersetzen. Ne, ich habe nichts mitgenommen. Hätte ich ja nicht gedacht. So, wir wollen also das Ziel, die komplette Entladung liefern in 10 unterschiedliche Countries. Ah, das heißt. Jobs for event need to be at least 200 Kilometer or more. Ich darf gar nicht die 10 Aufträge in... Ich muss 10 verschiedene Länder anfahren. Also nicht Deutschland rein in die Schweiz oder zurück nach Frankreich und Frankreich zurück in die Schweiz, wieder zurück nach Deutschland zählt nicht. 10 verschiedene Länder. Jetzt weiß ich gar nicht, was habe ich denn jetzt gefahren. Ich habe Deutschland und Italien. Die drei habe ich. Das heißt, ich müsste jetzt rund um 7... Ah, jetzt habe ich es gerafft, glaube ich. Aber mein Englisch ist doch nicht ganz so schlecht. Ich kann im Logbuch von World of Trucks gucken. Ah ja, gut. Das kann ich ja mal machen. Ich muss mich da nur wieder anmelden. Das muss ich mein Passwort wieder gucken. So, ich habe 10 oder mehr Lieferungen. Dann ist das Ding komplett. Ein Matterhorn Cup. Ach, da kriege ich ein Matterhorn-Item. Kann ich dann ins Auto stellen. Auf dem Beifahrersitz oder so. Und drei zufällige... Starts, Pin, Drops. Ja, mein Englisch. Ganz toll. Steam-Inventory in Terms. Community. Ja, ich mache jetzt nicht die Event-Seite auf. Ich muss mir das in Ruhe angucken und mal übersetzen, damit ich das mal weiß. Ich habe das so einfach reingeklickt. Wir haben jetzt drei Länder geschafft und ich habe jetzt alles doppelt gemacht. Das heißt, wir fahren in die Schweiz rein, fahren in irgendein Land raus, fahren von da aus in ein anderes Land und fahren von da aus wieder in die Schweiz rein. Dann zählt es. Wobei ich noch gar nicht weiß, wie das funktionieren soll. Ganz ehrlich. Moment, das muss ich mal überlegen. Das ist die Schweiz. Fahren wir zum Beispiel nach... Ja gut, Italien haben wir schon. Können wir nach Österreich fahren. Frankreich, das ist ja extrem weit dann. Könnte sein, dass meine Fernfahrerskills dann noch gar nicht ausreichen. Wir werden sehen. Bis hier hoch, das ist schon weit. Österreich ist auch nicht gerade um die Ecke. Obwohl, ja gut. Italien dürften wir schon haben. Ja, das kann durchaus sein, dass meine Fernfahrerskills da gar nicht ausreichen. Gut, ich habe jetzt genug gelabert. Ich bedanke mich für das Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.